Hallo Freunde und willkommen zu einem etwas ernsteren Video, zu einem bisschen Realtalk. Und so habt ihr ja gesehen, dass letzten Monat keine Videos auf meinem Kanal gekommen sind und der ein oder andere wird sich da vielleicht auch gefragt haben, so, da kamen doch jeden Tag Videos, warum kommt da jetzt nichts? Ich habe eine Pause gebraucht, also ich habe die Pause wirklich gebraucht. Ich habe mir gesagt, ich habe mich teilweise so fertig gemacht damit, dass ich zwei Videos am Tag bringe. Ich habe mich so abgestresst. Es ging so weit, dass ich teilweise in der Uni saß und noch während einer Lesung meine Thumbnails gebastelt habe, weil ich mir dachte, du kannst das Video so nicht hochladen. Und das darf so eigentlich nicht sein. Und ich habe mir jetzt gesagt, komm, mach einfach eine Pause. Ich habe mir jetzt einen Monat Zeit genommen, ich habe viel gemacht in der Zeit. Ich war auf Wacken, ich war auf der Gamescom, ich war meine Mutter an der Nordsee besuchen. Und ich habe einfach mal komplett ausgespannt. Und ich habe gemerkt, ich komplett ohne Let's Plays will ich nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Ideen im Kopf, so, hier, das könntest du mal machen und das könntest du mal machen und du willst doch auch Let's Playen. Ich würde jetzt voll gern Pitfall aufnehmen. Mensch, ärgerlich. Ja, aber es ist halt, es geht ja nicht nur darum, um die Zeit, die das Aufnehmen braucht, sondern auch die Zeit, die dann das Rändern braucht und die das Schneiden braucht und die das Hochladen braucht. Und dann musst du das ja noch einstellen und Thumbnails basteln. Und ich habe mich dann immer gezwungen, zwei Videos am Tag zu machen, weil, ja, oder generell tägliche Ablots, da habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Das macht mich auf Dauer zu fertig. Ich kriege das nicht hin. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich werde jetzt mit Pitfall und Minecraft ganz normal wie geplant weitermachen. Zu Pokémon Rot kann ich auch nur immer wieder sagen, wird auf jeden Fall weitergehen, ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil Svante gerade weg ist und wir müssen uns ja dazu bei mir treffen und dann zusammen aufnehmen. Wird auf jeden Fall weitergehen, wann, kann ich nicht sagen. Ja, dann hatte ich mich als Deadline gesetzt, ursprünglich die Pokémon-Teile für die Switch. Let's go Pikachu, let's go Evoli. Und ich werde, bis die Spiele kommen, schauen, wie es mir jetzt mit diesem etwas, ja, der Upload-Stil ist halt ein bisschen sloppy, ne. Ich werde mich nicht mehr dazu zwingen, jetzt jeden Tag zwei Videos hochzuladen. Oder auch wenn ich es schaffe, an einem Tag gar kein Video hochzuladen, wenn ich es nicht schaffe, dein Video hochzuladen, dann lade ich halt kein Video hoch. Da wird halt so sein, wenn es mir damit besser geht. Und so werde ich es jetzt durchziehen, bis ich Pikachu oder Evoli, let's go, let's play it hab. Und dann werde ich schauen, wie es mir damit geht, weil, wie gesagt, komplett ohne let's plays mag ich auch nicht. Aber es ist halt im Moment anstrengend. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich auch weiter dabei, auch wenn ich jetzt halt nur noch ein Video mal am Tag bringe, oder es vielleicht auch Tage gibt, wo es keine Videos gibt, wenn es mir dabei halt einfach besser geht. Danke.